Ja, habe die Ehre aus Bayern, meine Willengruppe, Freunde, hier ist er auch und vielen Dank fürs Einschauen und Vorbeischauen und vielen Dank für euren Support und das geht jetzt so locker flockig zack zack raus an die, die mit 1,5 oder zweifacher Geschwindigkeit hier das ganze Video sich immer wieder anschaut. Leute, mit der Ruhe, schaut euch das mit 1,25er Geschwindigkeit an, weil so vieles vergessen wir ja so generell schon und wenn du es so gehadert das ganze Video dir anschaust, nicht nur meins, sondern generell, dann bleibt noch weniger hängen. Und by the way, weil ich gerade mein Bonsai sehe, habe ich glaube ich seit zwei Wochen nicht mehr gegossen. Oh, wird Zeit, gleich nach dem Video. Okay, also Freunde, XRP, es geht Richtung DeFi, es geht los, alles natürlich langsamer, ja XRP, Ledger war schon immer langsamer in NFTs, Smart Contracts, ne, ja gut, brauchen wir die, brauchen wir die nicht, etc. Haben wir auch schon in der X-Men Show gehabt, DeFi, Boring, Landing und so weiter, RWA, ihr wisst es Bescheid, beim XRP Ledger geht alles am langsamsten. Aber das muss ja nichts heißen, denn die Technologie dahinter, der XRP Ledger und die Fundamentals, die haben das, was ein zukunftsträchtiges Projekt haben muss. Es geht auf jeden Fall Richtung DeFi, was ist da passiert, die neuesten News da draußen für euch zusammengefasst und nein, 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 es geht nicht Richtung 10 Dollar, es geht nicht Richtung 20 Dollar. Leute, der Preis ist nur ein Screenshot vom heutigen, vom jetzigen Momentaufnahme und Gefühlslage, verbindet die kurzfristigen News nicht immer sofort mit dem Preis. Denn dann seid ihr hier drinnen gebrandmarkt und ihr werdet sau, sau schnell einfach frustriert. Deswegen mache ich mir hier die Mühe für euch immer rational hier zu bleiben und einfach mal auf dem Teppich zu bleiben und what you see is what you get hier uns ans Herz zu legen. Trotzdem mache ich hier mal mein T-Shirt, was ich schon lange nicht mehr vor der Kamera zumindest angehabt habe, mal hier wieder mir übergesträubt. Besträubt XRP Millionär Coming Soon. Ich hoffe es, Leute, ich hoffe es. Und ansonsten nicht vergessen, nächste Woche, wir haben es noch nicht final besprochen, entweder Montag oder Dienstag der X-Men Show Folge 3, meine willigen Krippenfreunde, mit sehr vielen Themen natürlich wieder dabei. Würde uns natürlich freuen, wenn wir immer mehr werden hier in diesen Livestreams. Wie gesagt, 1 zu 1 Information und Knowledge von Krippenreiter und unserem DONL Validator Wett natürlich. Also mehr, mehr Alpha News geht nicht, Leute, geht nicht. Bist du ein XRP Investor, dann ist da dein Platz bei uns im Livestream und natürlich auch für die Nachzügler bleibt alles on the line. Also, let's jetzt rein hier. Also rattern wir hier mal ab, was ist hier passiert. Bitte was habe ich hier getwittert. Open Eden hat angekündigt, dass es tokenisierte US-Staats online, also sogenannte T-Builds auf die XRP Ledger bringen wird. Achtung, es ist noch nicht so weit, dazu komme ich gleich aus einem Screenshot, aus Krippenreiters Telegram Gruppe habe ich ein Screenshot gemacht. Diese T-Bills werden durch reale Vermögenswerte wie kurzfristige US-Staats online und reverse Repurchase Agreements, die durch US-Staats online besichert sind, gestützt. Ripple wird die 10 Millionen US-Dollar in Open Eden's T-Build-Token investieren erstmal. Dies ist Teil eines größeren Fonds, den Ripple für tokenisierte T-Bills bereitstellt. Das XRP Ledger ist auf institutionelle Finanzanwendungen natürlich ausgelegt und hat eine nachgewiesene Zuverlässigkeit und Effizienz. Genau das habe ich am Anfang des Videos euch erklärt. Mit der XRP Ledger hat die Fundamentals somit weiter im Kontext. Open Eden hat bereits ein Total Value Locate TVL von über 75 Millionen US-Dollar für seine tokenisierte US-Staats online erreicht. Das ist auch schon mal eine Hausnummer und ist das erste und einzige Produkt dieser Art mit einer Investment Grade A Bewertung von Modis. Schön zu lesen, endlich schön zu lesen. Wir gehen Richtung DeFi und dementsprechend hat Wett natürlich hier auch geantwortet. Grüße gehen raus mein Freund, ich freue mich auf die dritte Folge X-Men Show. Ehrlich Leute, Open Eden Labs, hier nochmal First and Only Modis Rated Tokenized RWA, Asias Largest Tokenized Table Issuer, trusted by plus 100 Institutionen. Also richtig geil, dass die jetzt auch über den XRP Ledger hier was aufbauen. Ist der erste Partner, den Ripple ankündigt, der sich derzeit aktiv in der XRP Committee engagiert und zwar auf eine Art und Weise, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Hm, Wett mein Lieber auf deine Live-Gedanken hier im Livestream. Nächste Woche zu diesem Thema bin ich gespannt, natürlich auch über Krippenreiters. Beantworten Sie Fragen, diskutieren Sie, stellen Sie Daten bereit und erstellen Sie sogar Memes. Vielen Dank, ja, also das einfach endlich mal hier Volumen und einfach mal was passiert auf dem XRP Ledger, ne? Krippenreiter, the memeing part was surprising, we are all Diggins after all. That's how we knew they are good at what they do, ja? Und hier auch nochmal von Wett persönlich, Tables kommen tokenisiert in das XRP Ledger und sind dann bereit für DeFi, für Decentralized Finance. Was natürlich jetzt auch auf dem XRPL möglich ist. Ripple richtet einen Fonds zur Tokenisierung von Tables ein, beginnend mit einer Investition von 10 Millionen US-Dollar, wie wir gehört haben. Ich freue mich darauf, wenn diese im öffentlichen XRP erscheinen, wahrscheinlich nach der Veröffentlichung der MPT-Änderung. Ja und hier der kleine Ausschnitt, wie schon erwähnt, aus Krippenreiters Telegram-Gruppe. Ich verlinke euch nochmal den Einladungs-Link, falls ich es bekomme oder nicht vergesse. Unbedingt auch dort reinschauen, Freunde, als XRPL-Community-Mitglied sozusagen oder Investor. Wie ihr sicher mitbekommen habt, gab es vorhin die Neuigkeit, dass US-Treasury-Bill-Tokens in Zusammenarbeit mit Ripple und Open Eden Labs auf dem XRPL ausgestellt werden sollen. Ja, haben wir jetzt alles gehört. Technisch ist das aber noch nicht passiert. Ja, das sind erstmal nur die News und es gibt auch noch keinen Grund zur Annahme, dass das ohne Multipurpose-Token, also das war hier gemeint mit EMPT, Funktionalität in der nächsten Zeit passieren wird. Warum ich das sage, ist, weil sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen Fake-Tokens ausgestellt und Fake-AMM-Pools erstellt werden. Ja, das hatten wir auch gesehen, Leute, das schreibe ich auch hier später im späteren. Fallt da bitte nicht drauf rein und kauft keine Fake-Tokens, auch wenn sie T-Bill heißen sollten und schaut immer auch auf den Emittenten, also auf den Herausgeber und auf offizielle Meldungen. Ja, fallt da nicht drauf rein, Leute, weil das geht ganz rutziputzi, fatzifatzi schnell. Deswegen habe ich hier auch geschrieben, ich kann mich da an den Bricks-Gold-Token erinnern. Ja, da hat man einfach sauschnell einen AMM-Bricks-Gold-Pool erstellt mit dem AMM-Bricks-Gold-Token. Und halbe Community, wir haben es euch gesagt, ja, die Kritiker erstummen jetzt alle, Grüße gehen raus und nehmen sie, ne. Der wohl leider Gottes blind auch hier zugeschlagen hat und hier emotional wurde und nicht nachgeschaut hat. Von daher, Leute, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Das unbedingt in unseren Köpfen nochmal reinbekommen. Und wieso habe ich gesagt, ja, nee, 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 hier nix 10 Dollar und der Preis macht wahrscheinlich gar nix. Ja, Leute, solche T-Bills gibt es zum Beispiel auf dem XTC-Network schon länger. Ja, hier zum Beispiel August 30, 2023. Damals Trade Tech launches US Treasury Bond Token via Securitize. Das ist das hier mit 5,23% Earnings on-chain. Und wenn wir hier runtergehen, ist der Emittent oder der Font-Manager Blackrock, was richtig, richtig geil ist. Und hier ist dann zum Beispiel XTC-Contract, ja. Also auf dem XTC-Netzwerk das Ganze zu sehen. Font-Total-Assets mit 15 Billionen inzwischen. Also sehr, sehr nice. Und was macht der Preis natürlich von XTC? Ja, gar nix. Oder hat auch damals nix gemacht. Also, Freunde, da muss natürlich mehr drüber laufen, mehr DeFi geschehen, mehr Tokenisierung geschehen. Und das Ganze natürlich langfristig, um dann schlussendlich auch den Preis langfristig umzuhalten. Ja, also mehr und mehr Anwendung muss halt hier einfach geschehen. Und ich habe nicht gelogen, wenn ich euch immer wieder sage, ja, ihr könnt bezüglich XTC, HBAR, XRP, Algorand, die letzten 1,5 Jahre, lass es 2 Jahre sein, alles Relevante, was passiert ist, zurückverfolgen auf meinem Channel. Zum Beispiel hier bezüglich XTC, was ich euch hier erwähnt habe zum Beispiel, habe ich auch vor 3 Monaten, vor 3 Monaten euch gesagt, XTC ist dem gesamten Tokenisierungsraum um Jahre voraus, Fragezeichen natürlich. RWA, XTC, TradeFi und BlackRock, da habe ich euch auch nochmal alles bereitgestellt. Von daher, geile Sache, aber Leute, der Preis wird nichts machen. So, dann natürlich von OpenAden selber hier geantwortet auf ein Tweet und zwar von Pollux, von einem XRP-Dev. Seht ihr, ein Billionen-Dollar-Versprechen, LOL. So, was hat hier OpenAden persönlich geschrieben? Nur eine Billion, Fragezeichen. Laut RWA XYZ wird der Gesamtwert tokenisierter US-Staatsanleihen derzeit bereits auf 1,92 Milliarden Dollar geschätzt. Bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 16% über 30 Tage und etwa 5 verbleibenden Monate bis zum Jahresende, können wir bis Ende 2024 mit fast 4 Milliarden US-Dollar an Total Value Locket allein für tokenisierte US-Staatsanleihen rechnen. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, aber zoomen wir etwas heraus. Schon 2016 wurde die Größe des Euro-Dollar-Marktes auf rund 13,8 Billionen Dollar geschätzt. Im Dezember 2023 war US-Staatsanleihen im Wert von 26 Billionen US-Dollar im Umlauf, wovon etwa 8,1 Billionen US-Dollar, also rund 30% in ausländischer Hand waren. Selbst wenn wir also bis zum Ende dieses Jahres 2024 einen Total Value Locked von 8 Milliarden US-Dollar erreichen, also das Doppelte des besten Szenarios, werden wir zusammen nur 0,1% des gesamten adressierbaren Marktes berührt haben. Das ist richtig krass, Leute. Also versteht ihr jetzt, dieses Potenzial und wo wir stehen, hier auch diese Diskrepanz sozusagen. Wie auch immer man diese Prognose aufschlüsselt, wir haben als Industrie noch einen furchtbar langen Weg vor uns. Eine Billion reicht nicht einmal annähernd aus. Leute, DeFi, DLT generell. Hier geht es jetzt natürlich nicht nur um XRPL, sondern DeFi und DLT. Oder ich spinne das Ganze halt weiter, weil ich habe ja euch gesagt, wenn ihr mich Maxi nennen möchtet, dann ein DLT-Maxi. Ja, so, gehen wir weiter. Leute, eine Börse sollte immer als Mittel zum Zweck verwendet werden und hier auch diversifizieren. Ihr wisst Bescheid, um euer Risiko einfach zu minimieren. Und hier kann ich euch BingX auf jeden Fall empfehlen. Keine Überlastungsprobleme, hohe Liquidität, das heißt auch keine Scam-Wigs nach unten oder nach oben, damit man hier liquidiert wird. BingX bietet eine gute Benutzeroberfläche und eine gute User Experience. 100% Proof of Reserve, Plattformreserve und Benutzervermögen. Das heißt, ein Mindestreservesatz von über 100% heißt, weist auf ausreichende Mittel auf der Plattform hin. Freunde, mit meinem Link, das ihr unten in der Videobeschreibung findet, bekommt ihr 10% Gebührenrabatt auf die Future Trades und ganze 20% Rabatt, Gebührenrabatt auf die Spot-Täufe, was ihr natürlich tätigt. Es gibt hier auch kein KIC-Verfahren, wenn du das nicht möchtest. Somit kannst du natürlich mit dem Handeln sofort starten, ohne dass du deine Identität hier überprüfen lassen musst. Über 600 Kryptowährungen, 290 Future-Kontrakte zum Traden. Das Geile ist, nicht nur Krypto, sondern du kannst auf BingX auch Aktien, Forex, Indizes und Rohstiffe traden. BingX wurde seit seiner Gründung noch nie gehackt und ist eine sichere Plattform, das in vielen Ländern reguliert ist und Lizenzen hat, darunter natürlich auch die EU. Du kannst natürlich auch Fiat-Einzahlungen und Abhebungen machen. Verpasse also nicht diese tollen Futures auf der Börse und natürlich die tollen Rabatte mit meinem Link unten in der Videobeschreibung. Der Anmelde-Link. Whitezwind von Xamon, XRP LL Labs, ich glaube jeder kennt ihn von euch, der schon länger im XRP LL Space drin ist. Er hat hier richtig schön was hier getwittert und das möchte ich euch zusammenfassen. In dieser Nachricht wird die Einführung eines Testnetzes für das JS, also JavaScript Hooks Amidement, auf dem Xahau Ledger angekündigt, Leute. Dieses Update ermöglicht es, Entwicklern benutzerdefinierte Logik direkt auf der Blockchain in JavaScript zu schreiben. Hier habe ich auch das dazu gefunden. XRP LL Hooks Amidement, develop, test and deploy your hooks on your browser. Das Ziel ist es, Blockchain-Entwicklung zugänglicher und praktischer zu machen, indem auf vertraute Tools natürlich und Sprachen zurückgegriffen wird, anstatt auf komplexe, spezielle Frameworks. Die ersten Anwendungen sollen in der smarten Überwachungs- und Serviceindustrie eingesetzt werden, zum Beispiel schrieb hier unser Whitezwind. Dies markiert einen wichtigen Schritt in Richtung benutzerfreundlicher und maßgesteierter Blockchain-Lösungen. Auch natürlich für die Devs, deswegen auch hier der Tweet hierzu von Schlaubi, Dev vom XRP LL. Fantastisch, dadurch sind Hooks und Xahau für viele Entwickler ganz einfach zugänglich. Wunderbar! Fast jeder Entwickler kann JS-Code lesen, also JavaScript-Codes lesen und schreiben. Darum geht es, Leute, umso einfacher natürlich für Devs, umso einfacher kann auch auf einer jeweiligen Blockchain gebaut werden. Und das ist natürlich auch langfristig positiv zu bewerten. Das war es kurz und krackig. Ich hoffe, ich habe damit euch geholfen. Und ansonsten weiterhin klug investieren. Aufpassen, Leute, aufpassen, aufpassen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bezüglich XRP im nächsten X-Men-Show sehen. Wie gesagt, Montag oder Dienstag, wir wissen es noch nicht ganz, 20.15 Uhr, ja, Primetime, auf meinem Channel in einem Livestream. Wie ihr es die letzten zwei Folgen auch gewohnt wart. Also, ciao, ciao. Wir sehen uns auch hoffentlich im nächsten Video. Peace, peace. Euer Avon. Euer Avon.